Und die nächste Frage für die Häuslbauer ist ja die, ob es dann eine Pflichtphotovoltaikanlage auf dem Dach geben könnte. Verpflichtung wird sehr schwierig sein. Natürlich kann man es auch immer mit der Wohnbauförderung koppeln. Das ist dann Sache des jeweiligen Bundeslandes. Es ist auch nicht überall möglich, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Man muss auch investieren. Die Förderungen sind gut. Wie gesagt, wir stellen eine Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung. Die Unterstützung ist sehr groß und es hilft dann, wie gesagt, auch der regionalen Wirtschaft sehr. Die Regierung.